so überleben burger king oder werbung überleben ist alles gerade ja das ist unser ziel wir wollen einfach überleben mehr nicht das kann doch nicht gut gehen man schon schon gefährlich durchgekommen zum glück ein kontrollpunkt wir haben es sollte ok sein aber man weiß ja nie gibt es einen anderen weg es gibt einen umweg aber der bus fährt bald ab ein sicherer weg wäre besser wir müssen diesen weg nehmen riskant scheiße ich hoffe ich komme ich hoffe schwer bekommen durch was auch passiert keine panik ok bleibt ganz ruhig ausweif bitte kann doch nicht schwer sein sie wissen von der ausgangssperre zivilisten dürfen nur in notfällen ihre häuser verlassen wo wollen sie hin wir wollen mit dem bus über die grenze meine tochter soll sicher sein bis sich die lage beruhigt alles ok klar sie ist krank die krippe wir müssen vorsichtig sein hier gibt es abweichler und unsere leute sind nervös geben sie schnell nach hause danke hallo hey moment mal was willst du du hast was verloren wow danke bitteschön oh mein gott ich wollte schießen oh das ist gut ey krass dass ich nicht geschossen hab heute am 11 november 2038 ist der tag an dem sich die androiden erhoben gegen ihre unterdrücker wir kämpfen seit der dämmerung um unser volk aus den lagern zu befreien wir werden nicht nachgeben bis wir frei sind und verhandlungen über unsere gleichstellung beginnen es gibt millionen von uns und nichts kann uns aufhalten ich bin gespannt was jetzt kommt echt das ende das interessiert mich voll echt spannendes spiel habe ich jetzt den guten gespielt ich weiß gar nicht ich wollte schießen ja ich wollte schießen ja wirklich revolution es wird blut gießen also ich wollte echt schießen es hat so viel gefehlt wow krieg bleibt krieg krieg bleibt krieg krieg bleibt krieg bleibt krieg krieg bleibt krieg Was mich nicht tötet, macht mich nur stärker. Wow, was ist das? Aufgepasst! Mist! Gegen Kameras! Oh, fuck! Oh Gott, oh Gott! Okay! Alle müssen sterben! Oh nein, das sind Freunde! Das sind Androiden! Wandel-Androiden um... Oho! Wie! Alle einzeln oder was? Ich glaube nicht, oder? Wow! Cool, oder? Aber wieso sieht alle gleich aus? Schade! Ach komm! Wäre das zu viel Arbeit? Ich hoffe, ich schade! Oh, das ist eine Ausbeziehung! Oh nein, der lebt ja noch. Anderson. Ich mag den irgendwie. Der letzte Bus an die Grenze ist voll. Wir haben es geschafft, oder? Ich gucke alles mal sicher noch mal an. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben keine Tickets. Sie nehmen uns nicht mit. Wir setzen hier fest. Nein. Boah. Bürgerkrieg in Detroit. Wow. Scheiße. Was ist das? Aha. Finde einen Weg zu gehen. Finde Tickets. Oh, ich muss Tickets finden. Oh. Wo könnte was sein? Oh, oh. Sicherheit! Hier drüben! Tun Sie das nicht, Todd. Wir sind tot, wenn Sie uns ausliefern. Als Ihre Frau sie verließ, nahmen Sie Ihre Tochter mit. Sie konnten das nicht ertragen. Und kauften sich ein Androiden. Ein neues kleines Mädchen. Sie wollten sie lieben. Die Vergangenheit vergessen. Doch nichts konnte Ihr Kind ersetzen. Ich wollte mir nur beweisen, dass ich ein guter Vater bin. Dass sie falsch lag. Aber ich habe es noch mal versaut. Sie hatte doch recht. Ich hatte sie nicht verdient. Ich vermisse meine Kleine. Du anst ja nicht, wie sehr ich sie vermisse. Gibt es ein Problem, Sir? Nein. Ich habe mich geirrt. Tut mir leid. Wow. Sie brauchen Tickets. Sag doch. Wieso sagt sie nicht? Wow. 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 Wie unmenschlich muss ich sein, dass ich das mache. Mein Gott. Aufhalten. Mann. Okay, gut. wir haben es geschafft oder jetzt noch tickets finden ich glaube das schaffen wir wir sind so weit gekommen das kann es nicht sein da hinten was das es ist auch ein android ich glaube oliver mag dich ihre tochter ja sie ist bezaubernd geschafft ich habe die sandwich ist deine mutter weiß bescheid wir haben wir los bevor wir den bus verpassen du hast die tickets ja ja liebling in meiner tasten stehlen 9 ja ok so viel glück hat ich weiß auch nicht aber auch wir brauchen noch eine das für erwachsene tut mir leid oh mein gott es tut mir so leid das gibt es doch nicht ich weiß nicht was sie können nicht weg sein hast du auch genau nachgesehen waren in meinem rucksack der umschlag muss rausgefallen sein verzeihung sie haben nicht zufällig einen blauen umschlag gesehen oder denn sind unsere bus tickets und ist schon gut tickets behalten nein tut mir leid was machen wir denn jetzt wir können nicht hierbleiben wir brauchen einen sicheren ort für oliver es tut mir leid ich weiß nicht was passiert ist sie waren hier in meiner tasche ich komme alles tickets haben wir auch gefunden wir wünschen den bus so wir haben es geschafft oh mein gott gibt zurück nein wo ich soll zurück geben soll ich es nicht schaffen ich will um jeden preis um jeden preis will ich die zwei retten ja weil der liebe markus bei ihm sieht ein bisschen schwarz aus schäm dich brock der hat ein baby enttäuscht ich bin nicht der böse du willst ja nicht dass er es liegt ha ha mein gott roko roko hallo 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 ich spüre schon die spucke ich spüre schon die spucke ja 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 äh die situation in detroit steht beinahe vor einem bürgerkrieg die streitkräfte sind bereit die androidenrebellion niederzuschlagen sie scheinen zu den lagern zu wollen wo internierte androiden auf ihre zerstörung warten soldaten haben am hart plaza lager position bezogen man scheint hier jederzeit auf eine konfrontation mit den androidenrebellen gefasst zu sein meine baby was das bus mit der nacht draußen die freiheit oder tot freiheit oder tot freiheit oder tot ich will nicht sterben markus gib auf äh gib auf pass auf wow krieg wieso rennt er von vorne rennt doch hinten sie formieren sich sie sind mehr als wir und haben bessere waffen wir müssen sie schnell überrennen sonst sind wir verloren also ich kann gut schießen wir werden dieses lager stürmen und befreien unser volk pass auf markus unser volk braucht dich oh shit soo niedriges ok den zeige ich es wo soll die schießen nein tschosch oh äh still diesmal kannst du mich nicht retten markus scheiße ich hoffe du kannst nicht schlafen mit dieser mit der entscheidung schlafen schlafen sowieso nicht keine sorge schlafen ich will nicht sterben markus ich will nicht sterben ich will nicht sterben schlafen schlafen ich will nicht sterben schlafen 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 verdammt jetzt aber was los können wir schießen was das andere so jetzt aber jetzt haben wir es immer noch 50 prozent was das wir schreiben geschichte wir haben hohe verluste wir müssen schneller zum lager vordringen nein großrisiko ich hab's versuch'n steh auf auf mein signal nein auf mein signal auf mein signal jetzt oh nein auf mein signal auf mein signal aber wieso ich das mit merken jetzt oh nein ich verstehe jetzt habe ich es verstanden auf mein signal auf position genau jetzt habe ich es verstanden wir können nicht vorwärts okay gut ich muss mich aufpassen wir haben noch nicht mehr viel ne 28 prozent oh man stress schießt kann ich nicht ne auf position jetzt ich jetzt ist das der die und die Hey Mysterious, grüß dich! Scheiß Panzer Oh nein Sein Leben liegt in deiner Hand Entscheide jetzt, was dir wichtiger ist Er Oder die Revolution Hör nicht auf ihn Jedes Scheißwort von ihm ist gelogen Ich war genauso wie du Ich dachte, nichts sei wichtiger als die Mission Aber eines Tages verstand ich Sehr bewegen, Connor Aber ich bin kein Abweichler Ich bin eine Maschine mit einer bestimmten Aufgabe Und ich werde diese Aufgabe erfüllen Der Mensch da bedeutet mir gar nichts Du kannst ihn gerne töten, ist mir egal Ich habe Zugriff auf deinen Speicher Ich weiß, dass du eine Art Bindung zu ihm aufgebaut hast Bist du wirklich bereit, ihn sterben zu lassen Nach allem, was zwischen euch war Willst du dich von deinem neuen Ich wirklich abwenden Genug geredet Zeit zu entscheiden, wer du wirklich bist Scheiße Rettest du das Leben deines Partners Oder wirst du sein Leben opfern Tut mir leid, Lieutenant Wieso, Connor? Wieso musstest du denn aufwachen, wenn du doch einfach nur gehorchen solltest? Wieso hast du die Freiheit gewählt, wenn du ein Leben ohne Fragen hättest haben können? Ich bin gehorsam, Connor Ich habe ein Ziel Ich weiß, was ich bin Mann Sieh nur, wohin dich dein Freiheitstraum geführt hat, Connor Du warst eine große Enttäuschung für Amanda, weißt du? Du warst eine große Enttäuschung für mich Zum Glück hat all das jetzt ein Ende Letzte Worte Fuck you Schließen, schießen Aha Oho Krass, gegeben Wach auf Wach auf Wach auf Wach auf Wach auf So Jetzt geht's los Jetzt geht's los